moin herzlich willkommen zurück hier zur zweiten feiertagsausgabe um 14 uhr let's play alles 17 ich bin hier auf dem weg fahr mir ein wolf von der holzindustrie ein überführungskurs zur zellstofffabrik mit leer paletten um hier oben nach dem rechten zu sehen und alles ans laufen zu bringen und dafür zu sorgen dass das hier alles so super schön fluffig funktioniert da müssen wir auch gleich mal hin ein bisschen zucker abholen vielleicht mal fertig mit dem kurs überführungskurs ja nicht so super sauber aber was soll's pause punkt immer ganz wichtig am ende damit er dann darauf nicht anhält überführung holzindustrie zellstoff warum auch immer das manchmal macht das war schon alles mehr braucht er nicht das denn hier noch sind hier noch hackschnitzel oder habe ich da ein problem hackschnitzel sind hier auch noch scheinbar noch jede menge wo steht es denn ja da 300 2000 alles klar dann lagern wir doch erstmal ein was wir einlagern können aber mal so rum sogar noch an nicht den einen nehmen sondern genau so so ist das mui dann mit wasser aus voll super auch hingelagert sehr schön auch hingelagert sehr schön so was wollte ich denn jetzt ach so ich wollte zucker abholen kann man zucker irgendwo verkaufen teuer mal wieder nix für zucker gibt es nichts zucker bei all die minus 87 prozent wurst holzkohle saatgut pommes vollmilch ja alles was wir natürlich nicht haben naja klar mit haferflaumen der rede wert oder habe ich jetzt noch gar nicht gesehen so das ist mit dem hopfen geht mir jetzt hier auf den keks entweder fährt er schon wieder oder so was ist hier thema er wird nix mehr los wahrscheinlich nicht ja zu voll zu voll zu voll so 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 ich zwar nicht ganz Leine ist hier vorne Hopfentrigger Ja, er wartet da, dass hier läuft Schön Ja, den kümmern wir uns gleich mal drum Da auch Ja, mein Fehler Ladung am Startpunkt Ja, den kümmern wir uns gleich mal drum L6 Dreschen Ähm Oh Super Komplett verloren Ja, den kümmern wir uns gleich mal drum Ja, den kümmern wir uns gleich mal drum Schwere Geburt Ja, da muss ich mich gleich auch nochmal drum kümmern Genau Erstmal darum Ja, ich bin ganz gut Zucker kann man auch erstmal ins zentrale Lager bringen. ich mich nicht auf ich mich nicht auf seht ihr, haben wir das auch. Jetzt kommen wir mal eben zur Molkerei, ne jetzt können wir erstmal gucken, was er hier denn hat. Ich drehe hier gleich, ich drehe gleich durch. So, wer hat da jetzt durchdrehende Reifung? Der feine Herr. Mann, geh mir nicht auf den Sender ey, echt. Mann, du. So, kann doch nicht wahr sein, oder? Dass das so viel Eingreifen schon wieder erfordert. Nur weil ich den Kurs wahrscheinlich beschissen eingefahren hab. So. So. Bisschen wir wir. Da ist egal. Gucken wir mal, was es bei der Molkerei so gibt. Muss ja nicht alles mit Cosplay machen. Ja, nochmal ein bisschen so manuell fahren, oder? so. So. Die Mühle läuft. Gut. Gut. Ja, ihr hört es, es ist vorbei. Auch der schönste Tag geht einmal vorbei. Und auch ein Feiertag ist irgendwann vorüber. Für uns jetzt, ja, morgen ganz normal eine Folge, morgen auch wieder 16 Uhr Experience gegen Friesenjung, gestern auch, habe ich ganz vergessen anzukündigen, kommt ja immer Dienstag und Donnerstag und Freitag, äh Samstags, Dienstag, Donnerstag und Samstags, 16 Uhr, kommt eine Runde Experience gegen Friesenjung auf der NF Match Map. Ja. Also, schaltet rein, am Wochenende gibt es keine Livestreams. Nächste Woche dafür dann wieder. Alles klar, bis denn. Ciao. Ciao.